Wir jubeln Ihnen keine Meinung unter, bischen den Zeilen. Wir wollen missionieren. Wir sind Lügner. Zu diesem Text erreichen uns kritische Reaktionen. Wir gehen dem nach. So hieß es auf Seiten der Tagesschau, der ARD. Denn noch immer überbieten sich Internetbenutzer im Spott und Hämeausgießen über die ARD. Denn die Tagesschau ist auf einen Betrüger aus Symbathel hereingefallen. Wie bereits mehrfach berichtet, sendete die ARD-Korrespondentin aus Südafrika einen Report über einen angeblichen afrikanischen Erfinder, der ein Perpetuum mobile präsentierte. Er will einen wundersamen Fernseher erfunden haben, der keinen Strom verbraucht, sondern sogar Strom produziert, wenn er ausgeschaltet ist. Warum sich diese Erfindung nicht durchsetze, erklärte die Korrespondentin mit Rassismus. Afrikaner würden eben nicht ernst genommen. Dies berichtete tatsächlich die Tagesschau auf ihren Internetseiten. Sie hat mittlerweile diesen Bericht gelöscht. Er ist allerdings noch in den Archiven des Internets erreichbar. Ein Fernseher, der seine Gebühren selbst erzeuge, das wäre mal eine tolle Erfindung, so schrieb ein Nutzer auf Twitter. Ein anderer persiflierte die Tagesschau mit der fiktiven Meldung, der Massagesessel von WDR-Intendant Tomburo verbrauche keine Energie, er könne sogar welche erzeugen. Diese Erfindung würde sogar von einer Transfrau of Color stammen, die seit zehn Jahren ohne Nahrung auskomme. Wieder ein anderer Nutzer berichtet über einen mit Funkwellen betriebenen Toaster, der auch als Kaffeemaschine funktionieren könne, dessen Vorteile keine Kabel, keine Extrastrahlung, keine Emissionen, kein Bohnenverbrauch. Dies klingt wie ein Teil der Lösung für die Energiekrise. Ein Leser von Tischis Einblick berichtet in einem Leserkommentar, er habe das Rückkopplungs-Doppelgetriebe-Modul entwickelt. Wenn man mit einem E-Auto rückwärts fahre, erzeuge es Strom. Nur beim Vorwärtsfahren verbrauche es Strom.